Der Fragesatz There are two kinds of interrogative clauses. W-Fragen und Ja-Nein-Fragen. W-Fragen are used to ask for a specific information. These are the interrogative words. Was Was ist das? Eine Kreditkarte. Wer Wer ist das? Eine Kollegin. Wem Wem kann ich vertrauen? Deinem Bruder kannst du vertrauen. Wen Wen vermisst du? Meine Freundin. Wessen Wessen Auto ist das? Das ist das Auto meines Vaters. Wann Wann fährt der Zug? In 45 Minuten. Wo? Wo ist der Bahnhof? Gegenüber vom Postamt. Wohin? Wohin gehst du? Wo gehst du hin? Ich gehe nach Hause. Woher? Woher kommst du? Wo kommst du her? Aus Leipzig. Wohin gehst du hin? Warum hast du das getan? Weil ich keine andere Wahl hatte. Wie? Wie war der Film? Er war sehr langweilig. Welcher? Welche? Welches? Welcher Bus ist das? Der, der nach Köln fährt. Welche Karte ist das? Das ist die Karte für Zimmer 21. Welches Kino ist das? Das Kino am Marktplatz. Wenn using a verb as the interrogative word, you will get a yes-no question. To do this, the verb, which is usually on position 2, has to be changed to position 1. And the subject will be on position 2. Er geht heute nach Berlin. Geht er heute nach Berlin? Ja, er geht heute nach Berlin. Nein, er geht heute nicht nach Berlin. For these questions, the answer can always be ja or nein. But when asking a negative question, such as, gefällt es dir nicht? You could simply say nein, if you agree. If you disagree, you cannot say ja, because the answer is not clear enough. Therefore, you will have to use the word doch. Gefällt es dir nicht? Doch, es gefällt mir.